Die Tasche ist fast leer. Ute raucht. Das heißt, du hast den Heilig gerettet. Das ist erst der Anfang. Und was ist, wenn die merken, dass du sie an der Nase rumführen willst? Werden sie mich hoffentlich feuern? Aber wenn du so wertvoll bist, dann werden sie dich doch nicht einfach gehen lassen. Sobald die mit ihren Umfragen gegen die Wand fahren, bin ich doch für ihre Zwecke völlig wertlos. Wenn ich nicht mehr durchschnittlich bin, bleibt mir noch gar nichts anderes übrig. Was macht dich jetzt so überschnittlich? Ich bin nicht verhalten. Das war das Gehen. Ich glaube, da wirst du dir doch ein bisschen mehr einfallen lassen müssen. Ute zieht an ihrer Zigarette. Ihre Augen glitzern herausfordernd.